Sollte ich mal starten, was? Alles klar. So! Nächste Runde Skidio und ich darf malen. Das ist schonmal, äh, ja. Könnte aber recht einf... Jojo, join, Jojo, left. Könnte einfacher werden. Ich hoffe mal, ich krieg das... Ich krieg das jetzt... Doch, müsste ich eigentlich nicht kriegen. Das sollte eigentlich soweit funktionieren. Pri, was ist mit deiner Tochter? Ich hab keine Ahnung. Geh. War noch nichts krabbeln? Uh, da ist noch jemand. Ja! Einfach den Link noch zum Reinkommen. Der war ja unter Spielsuche, ne? Ne, ja genau, unter Spielsuche. Da oben ist er. Hellgeil. Guck mal, ich hab dann raus, wir verliegen. Oh. Boah. Guck mal das. Jetzt kommt Snoopy's Meisterzeichnung. Oh ja, das war wieder so fürchterlich. Ach, hallo, Jules! Na? Haha. Ja. 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 Fast. 3L, bitte. Genau. Danke. Oh ey, ich hasse diese Rechtschreibung, ne? Ja. Ja. Jules, bist du da? Ach, Rollladen, ja, ich bin da. Ich war richtig flost, ich kam nicht drauf. Könnt ihr sehen, was die anderen schreiben? Weil da hieß es ja irgendwas mit Rollladen mit 3L. Ich kann sehen, was die anderen schreiben. Ja, ja. Entschuldigung. Okay. Wollen wir mal gucken. Ja. Ich war irgendwo bei Wäscheleine in dem Moment. Im Sohn. Diese komische Ecke auch ignorieren wir. Nein, das ist keine Planke. Ich wollte es grad schreiben, schade. Die Ecke ignorieren wir auch. Ja, super. Das war gut. Verdammt, das war zu schnell. Nein. Flank ist zu kurz. Nein. Okay. Ah. Was? Peter. Peter, ey. Ach, nee, die. Kunstdeluxe. Ja, ist es. Genau. Ja, das Bild macht's. Ja, genau. Okay, ist er wieder los? Postbote. Alles war für Postbote. Der sollte häufiger mal laufen. Komm nicht drauf. Oh Gott. Ja. Ich hab ja im Kunst nicht gerade ne 1. Was? Ja, war nicht verkehrt. Das ist gut. Ich habe heute recht einfache Worte. Das ist eigentlich mal so schlecht. Die haben sich deinem Niveau angeglichen. Oh, das ist hier vorne ein bisschen falsch. Okay. Das, ähm, ne? So. Und darum geht es. Ah, okay. Kann man doch akzeptabel erkennen, oder? Ja, ja doch. Das, das kann man doch. Nee. Auch wenn der Stil bisschen schief ist. Aber egal. Nein, es ist nicht schlecht. Hä? Ja, doch. 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 Das klingt auch lust. Wir gehen damit. Wir gehen damit. Halt jetzt mal zwischen den hier alleine so. Hör mal noch an Krücke dran. Na, der war zu groß. Das dicke Ding hätte ich nicht mal. Das hat mich irritiert. Das war eben ein großer Nagel. Im Vergleich zum Hammer war er wirklich groß, ja. Ja. Na, schauen wir mal an. Es ist... Es ist ein Hoden. Nein, doch nicht. Nein, es ist ein Hoden. Oh, okay, das ist ein Hoden. Ganz egal. Die Augen sind nicht irgendwie rot. Das ist ein... Na, was? Vogel. Nein, warte mal kurz. Ah, bin ich blöd. Ich will... Was ist denn der Radierer? Warte. Das ist riesig. Ja, dein Mund besitzt doch vorbei. Das ist... Stimmt. Doch, ich habe eine Scheiße gemalt. Bei dem Mund war anders. Jetzt sieht er wirklich aus wie ein Schneemann. Der Mund... Und hier kommt Luft raus, so. Und hier kommt auch Luft raus. Ah, okay. Ja. Okay, alles klar. Ja. Das war absolut... Ich bin aber okay. Komm mal, komm mal. Komm mal. Ich krieg das dann. Ähm. Alles. Das wird keine lübsche Zeitung wirklich. Nichts. Ich krieg das nicht. Aber... Dann... Dann... Was war das denn? Na toll. Okay, also ja, das ignorieren wir, äh, er selber hat eher so ne Farbe und, ähm, ja, der gehört zu ner alten Oma. Ne. Ah, ja, danke. Tweety. Ach, Tweety. Das, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich sag doch, ich hab's nicht hingekriegt. Ich sag doch ein. Ihr wisst schon. Hä? Bitte sag mir, dass das deine Hand darstellen soll. Oh. Was? Ah, das sollte tatsächlich die Hand darstellen. Das ist wenigstens einer, der hat sich heute. Ich auch. Ah, okay. Ah, danke. So schlecht ist es eigentlich nicht. Wenn man weiß, was es ist, ja. Oh. Oh Gott. Ja, weil sie sich so jetzt so darauf fokussiert hat. Oh. Das war jetzt meine Version von Dumbledore. Ja. Okay, ich hoffe mal, man, äh, oh Gott, ja. Ja. Das hatte ich schon mal. Sehr viele Buchstaben. Ähm. Was? Ach, das ist gemein. So ein Installer, den ich jetzt nicht kenne. Oh. Oh Mann, wer will noch mitmachen? Ach, die Süß. Ach ja, könnte sein. Das war die Doppelgarage. Was? Nein. Mumy, hier konzentrieren! Ja, warum sagst du das Wort noch wieder? Ernsthaft? Weil ich sonst ist, ich hatte nur scheiß andere Wörter. Nein, die hattest du schon mal? Weil ich mit ich dabei war. Nein, er hat da ein Real draus gemacht. Fins-grün. Oh Mann. Oh Mann. Das ist... Das ist ... Ich gucke mal hin. Einfach. das ist doch blau ich weiß ich auch mal die stelle das blau ja ich dachte schon ja ja wunderbar ja kegel hat schon genau ja klar es gibt auch da so eine funktion wo du flächen füllen kannst ja ich kann ich ja gefunden das wird bestimmt sein zwei fische zu lang wahl ist zu kurz kommen nicht aufs wort dann ist das sehr hübsch gemalt auf jeden fall das hat gefehlt Der, ja. Hat er so einen Spitzen? Wüsste ich nicht. Mir ist das immer mit normaler Art eingefallen. Aber ich muss wieder so eine Spitzenart. Kenn ich nicht. Oh, kennt ihr eigentlich Narval? Narval hat tatsächlich verloren. Okay. War gut. Ja, ich hab heute extra mein Zeichen-Tablet rausgesucht dafür. Okay, ich war auch unter dem Ausbild. Und ich hab auch grad überlegt, ob ich meins raushole. Okay, das ist... Naja, stellt euch einfach... ...eine Falten. Nein. Ein Laptop. Ah. Schade. Ah, alles klar. Danke. Gern? Mach mal noch ein paar Kreuze hin. Ach so. Ja, ich wusste, das hatten wir schon mal. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist gar nicht dumm. Halt mal gestern auch schon. Tobis Passwort auf Youtube. Ja, genau. Melios ist reich. Ich probier es einfach mal. Vielleicht... Ach du Scheiße. Ähm... Heiliger Wurmbam. Ja, nicht wundern. Oh, Quatsch! Das ist... Nein, nein, nein. Das war aller mit der Feule. Ähm... Oh Gott. Als... Also zum Festhalten. Zum... Ne? Ja, 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 ja. Das ist nur wesentlich kürzer... Was? Oh nein, guck mal, ob ich schnell genug tippe. Fuck. Wie ist das denn? Ach so, älte! Ich hab älte wenig. Ah! Cool. Ich finde den Dillel hab ich gut gezeichnet. Ja, hast du. Wenn man mehr mit Farben hat, dann erkennt man's vielleicht auch. Weiß auf weiß oder was? Nee. Oh, was ist das? Nein, nein. Ich mach's mit Farben ordentlich so. Äh, nicht so dick. Äh. Ich mach's hier schon wieder hin. Genau. Aha! Ah, der steht schon, genau. Ah, fuck. Ach Gott, wie heißt denn das, Cinema? Ah! Ah! Bedelschlosser. Hä? Nein, ich paddel. Anders. Ach, hier. Kürzer. Danke. Genau. Ah! Oh mein Gott. Okay. The word was, Ruder. Hm. Oh. Ähm. Nehm. Von. Um. Matthias. Uff. Hmm. Wenn du gehst, der Schöden legger fleet, Und du gehst du hier? Einmal, meaning Faser. J River medo. Und du gehst. ja wie schreibt man das wort das kann nicht sein. Jena, könnte ich jetzt so? Nee, das kann's nicht sein. Ich könnte sitzen gehen, ich könnte... Die Schleife. Sehen wir? So machen wir. So. Mein Gott. Ja, so, so. Die Farbe. Die Farbe. Die Farbe. Ja, entschuldige bitte mit der Farbe. Die Farbe. So, Jena. Die war richtig irreführend. Kiezen! Ach, du Sandler. Ja, Keks Toosboden, ihr wisst Bescheid, ne? Wunderbar. Toosbrennitzkeks, oh ja! Übel. Nur echt mit 52.010. Ich habe drei richtig beschissene Wörter und ich entschuldige mich jetzt schon. Oh je. Eine Achterbahn. Das ist so, ne. Ähm. 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 Fuck. Ja. Das, das, das macht so keinen Sinn. Ja, okay. Komm, wir probieren es mal anders. Jetzt ist sehr viel Interpretationsspielraum hier. Oh Gott. Oh Gott, nein, das sieht anders aus. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Das sieht ein bisschen zweideutig aus, aber nur ein bisschen. Nein, nein, nein. Es ist nicht, nein, nein. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Nein, das soll es nicht sein. Das soll es nicht sein. Ähm. Es stellt zweimal dasselbe dar, also im übertragenen Sinne, mit sehr viel Interpretationsspiel. Oh ja, Mensch, wie heißt denn das? Oh. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich es darstellen soll. Es stellt zwei Sachen dar und wir suchen nach das Gegenteil davon. Oder das, was hilft. Was? Ein Antivino. Okay, das ist aber auch wirklich schwer. Mal das Malch. Ja, okay. So easy fängst du jetzt mit Corona an, stehst du das Virus noch aus und nicht macht man das Gegenteil. Nicht wundern, dass das jetzt braun ist. Das ist noch eine vorige Farbe. Was? Was? Welche? Was? Ah, ja. Ja. Na? Na? Na, na? Ich hab heute mal recht einfache Worte gehabt. Na, na? Na? Na, na? Na, na? Na, na? Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. ja mein weh noch und weiter euch zu helfen jetzt hier noch jetzt habt das ja black one helft euch nix Schöner... Was? Ey! Ich hatte den Capstock aktiviert. Ja, warte mal. Ach, einfach nur. Okay. Schade, ich wollte einfach noch einen Sonnenuntergang da hinten malen. Weil ich gar nicht mal so schlecht für das Spiel eingestiegen bin. Ja, wollte da jetzt noch einer sagen? Vanessa wollte noch, kommt gleich dazu. Hat vor ein paar Minuten geschrieben, vor zehn Minuten. Na gut, dann warten wir mal kurz. Ja, warten wir mal kurz. Dann bis gleich zur nächsten Folge.